So, Hallihallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 9. Ja, ziemlich viel Scheiße passiert und ja, wie es jetzt weitergeht, das erfahrt ihr jetzt. Glaubst du, dass Freya vielleicht etwas damit... äh, glaubst du, dass Brain vielleicht etwas damit zu tun haben könnte? Hm, hm, klar, Falter steckt Brain dahinter? Vielleicht, aber was ist mit ihrem Verbündeten? Mir egal, ich vermisse Lily. Mir egal, ich vermisse Lily. Was du nicht sagst, ist sie nicht Brains Tochter? Ja und, worauf wirst du hinaus? Wie auch immer. Ach, wie übrigens sie dann. Um herauszufinden, warum der Wirbelsturm wohl verschwunden ist, wollte ich eigentlich den Baum hinabsteigen. Den Baum? Genau das wollte ich gerade vorschlagen. Kannst du etwa Gedanken lesen? Prima, dann sind wir uns ja einig. Ich trommel Vivi und Quina zusammen und warte dann am Stadteingang auf dich. So, da haben wir jetzt Freya-Crescent. Ich glaube, das ist so ziemlich eine einzige Male in dem Spiel, dass wir Freya steuern. Ich glaube, wenn es nicht sogar das einzige Mal ist Gift und Galle. Äh, ne, das haben wir. Gut. Äh, Mitri-Foisting. Raijin-Foisting-Catnam, Mitri-Rüstung, Gemini-Stiefel brauchen wir auch nicht mehr. Katjusha-Ability-Up. Äh, ja, Ability-Up. Engel. Das Problem ist, ich glaube, wir haben Freya gar nicht mehr so lange im Team. Und dann für eine Zeit lang haben wir sie gar nicht mehr. So viel werde ich jetzt an dieser Stelle einfach mal spoilern, weil sonst könnt ihr ja nicht nachvollziehen, was ich hier gerade denke und so. Vollmond. Insomnia. Ne, das machen wir mal weg. Ähm, ja gut. Wir brauchen jetzt, wir müssen jetzt erstmal schauen, ob unsere Waffe irgendwelche Eigenschaften hat. Ne. Das heißt, wir, Ability, dann haben wir hier sechs Dinger frei. Machen wir mal, ähm, Kannibale. Exorzismus und Weihrauch. Ja, das dürfte, denke ich, mal hinhauen. Äh, ja, gut. Können wir speichern? Tu ich das mal. Nicht, dass ich irgendwo verkack. So, ah, Stilzgen. Oder ist was, das habe ich hier gar nicht mitbekommen. Äther halten. Stilzgen, ich hoffe, manche muss so viel Geld, ja. Ähm, bist du, High Portion, Äther und Phoenix, Donne für 444 Geld, ja klar. Ne. Besten Dank, auch mit dem Geld kann ich wieder für eine Weile auf Reisen gehen. Äh, Mogmed. Nix. Ein Brief von Mohana, Kupo. Lass uns sofort lesen. Seit der Wirbelstum aufgehört hat, sind lauter komische Leute gegen Kläger aufgebrochen, Kupo. Äh. Was hat das nur zu bedeuten, Kupo? Ich habe eine schlimme Vorhand und Kupo. Klayreit war genauso zerstört werden wie Bometia, Kupo. Kommt dann, kommt denn keiner zu Hilfe, Kupo. Oh nein, Kupo, 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 ich packe sofort meine Sachen zusammen und schließe mich Stützgenan, egal wohin. Hauptsache, weg von hier, Kupo. Hast du noch einen Brief? Ich habe sogar einen Brief, nö. Wenn wir mal speichern, ich speichere Kupo, weil ich speichern, macht Spaß, oder so. Jawohl. Äh, wir speichern hier auf... Äh, ne, 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 hier. So, neuer Spielstand. Äh, nicht neuer Spielstand, sondern einfach einen alten überschrieben, so. Gut. Wenn wir uns mal verpissen, wie viel Geld haben wir, nicht vier. Okay. Wo sind denn die anderen? Ähm, ich glaube, in die Richtung bin ich noch gar nicht gelaufen, oder so. Irgendwas fehlt mir noch. Irgendwas bin ich noch gar nicht lang gelaufen, glaube ich. Zu wissen. Darunter bin ich noch nicht, oder? Bin ich von da gekommen? Weil ich meinte, ich... Ja, hier war ich noch nie. Wenn der Wind nachlässt, dann hat auch dieses Wasserrad wohl bald auf sich zu drehen. Ich glaube, das ist nur der Anfang. Wenn wirklich irgendjemand Kläger angreifen sollte, dann verteidigen wir das Volk hier bis aufs Blut. Äh, hier. Raijin-Fäustling. Puck, ich habe leider nicht... Äh, Puck habe ich leider nicht getroffen, ob er wohl schon den Baum runter ist. Der Schand in dieser Stadt schmeckt leicht schüschlich, Mampf. Diese Stadt ist wirklich sehr lecker, Mampf. Vorher hat er noch gesagt, dass es hier nichts zu essen gibt. Alle sind so hilfsbereit. Schon alleine um mich ihrer Freundschaft... Äh, schon alleine mich ihrer Freundschaft... Um mich ihrer Freundschaft würdig zu erweisen, muss ich Kläger beschützen. Also, ähm... Um auch nicht zu viel zu spoilern. Ich glaube, Queen haben wir dann auch eine Zeit lang nicht mehr. Ich weiß, das ist ein bisschen jetzt gespoilert. Ist klar. Aber... Ähm, sonst könnt ihr nicht nachvollziehen, warum ich jetzt so und so handle. Urschrei. Ist nicht schlecht. Urschrei verhindert, dass man, ähm... Dings wird, äh, dass man nichts mehr sagen kann. Ein AP, toll. Ähm, Korallenring, Gemini-Stiefel. Korallenring, ja, Korallenring, sonst... Na gut, lassen wir mal Heiztuch. Ähm, Vivi. Letcherstock. Vielzüge. Magierhut. Ah, Feurer. Feurerreintern dadurch dann gleich. Das ist auch gut. Ähm, Metri-Armreif. Oder was hat der Osan-Armreif? Nee. Brosse, Hanisch, Mitri, Weste. Zauerstiefel, Korallen-Armre. Dalkorallenring. Zauerstiefel, ja, geben wir eben die Korallen und den Korallenring. Sie dann noch... Nee, der müsste ja eigentlich schon richtig gerüstet sein. Abgesehen vom Brosse, Hanisch. Oder Plattenpanzer. Ich wäre für den Plattenpanzer, weil der steigt auch noch die Stärke. Und dann kann ich auch noch, ähm, Exorzismus draufknallen. Hat der Kannibale? Durch was lernt er? Er hat ein Freier Kannibale gelernt. Oder gibt's da irgendwas, durch das er Kannibale lernen kann? Ach, da. Der hat da sogar drauf. Ich hab das nur wieder übersehen, oder? Ja, Kannibale hat er drauf, gut. Ähm, du kannst... Ja, Urschrei auf jeden Fall Götterspeise auch. Oh, den Lukas können wir gegen Insomnia vielleicht noch irgendwie tauschen. Felsenfest war konfus. Insomnia war Schlaf, eher gut. So denke ich mal besser. Oder sinnvoller für dich. Äh, können wir noch den Lukas auch noch draufknallen, ist ja dann egal. Ähm, Pesti. Ja, dich haben wir schon. Und... Ja, bei dir. Was macht jetzt Habgier eigentlich nochmal? Öl, Preisgeld. Ja, das können wir wegtun. Das ist nämlich unnötig. Gift und Galle. Urschrei. Knallen wir drauf. Eiskalt. So. Ähm... Ja, das war's dann. Gut. Haben wir unser Team wieder gerüstet. Und gehen runter. Wir müssen den Baum so schnell wie möglich verlassen. Weil hier geht bald alles den Bach runter. Das hier ist jetzt auch weg. Alexandrische Soldatinnen. Und damit wissen wir schon mal, was hier gleich passieren wird. Denn was bedeutet es bitte, wenn ihr alexandrische Soldatinnen sind? Ich denke, ihr wisst es alle. Und deswegen hab ich auch Kannibale draufgeknallt, damit wir hier schnell durchkommen. Feuer, Eisgraf. Das war sehr klug von mir. Von mich. Eisgraf. Vor allem, weil ich irgendwie Angst hab mit dem Start. Weil dann gehen immer die Frames direkt auf 0. Da will ich dann immer gleich neu starten. Die Opferung. Das werde ich dann auch gleich machen. Du, 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 die, du, du, die, du. Götterspeise, hau den Lukas. Jetzt kann ich gleich nochmal durchgehen. Irgendwas hatte doch nur noch ein AP, das gefehlt hat. Warn das. Pestizid. Ähm, Kribale, Füße, Stimme, ne, brauchst du nix. Pestizidexorzismus. Ähm, Magier, Wut. Pestizid, Götterspeise, Götterspeise, war das vielleicht die Götterspeise? Knall dir mal das Baumwollkleid drauf. So, mir Gletscherstock. Ähm, Gaijin, Fäustling, Mitri, Fäustling. Samreif, ja, das war's glaube ich, das, ähm, hier, hau den Lukas. Mitri, Amreif, Zauber, eure Umhang. Ich glaube, damit kann Vivi nix anfangen, oder? War das nicht so? Ne, die MP plus 10% bringen ihm nichts. Aber ich lasse es trotzdem mal drin, weil vielleicht kann das ja Lilly oder so benutzen. So, Aufnahme, Restarten, Moment. So, Gerät startet. Jetzt können wir, glaube ich, sowieso da hoch, weil jetzt ist ja da kein Sandfluss mehr irgendwo. Irgendwo mehr Sandfluss. Okay. Noch mehr alexandrische Soldaten. Bämst dich. Äh, dann müsste die doch eigentlich mal Geschichte sein und... Lups. Ne, das reicht nicht mal. Keep. Keep und stichfestes Argument. Das war doof. Toll, vor allem weil ich jetzt damit die Angegriffen hab, die nicht mehr viel gebraucht hätte. Du bist gleich tot. Also fressen kann man die, glaube ich, nicht. Die, äh, menschlichen Gegner. Däm, 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 däm. Das wär ja auch zu schön, ne? Level 14 und die anderen, ähm, Frey hat schon Level 15 wegen Level Up. Moment, welches, was hat denn jetzt da nochmal? Da war doch nur irgendwas, was auch noch Level Up gegeben hat. Was ist denn das? Ähm. Was war denn das? Ich hab keine Ahnung mehr. Irgendwas hat uns noch Level Up gegeben. Außer dem Eisenhelm. Irgendwas war da noch. Nicht mir relativ sicher noch mehr. Na gut, die sind ja eigentlich nicht wirklich ein Problem. Ich mein, die... Ein Angriff von Sidan und eine ist schon tot. Ein Angriff von Frey und noch eine ist tot, glaube ich. So ungefähr. Däm, 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 däm. Ähm, Frey auf dich. Du da drauf. Ja, klar. Mit der Patrisane, das haut schon ordentlich rein. Das, wie, wie. Vor allem, weil der an unnötigen Trost kommt. Mein Eui, Moment. So. Gut. Okay. Dann wäre das auch schon mal erledigt. Dann können wir weitergehen. Äh. Ei, hier sind wir jetzt. Sidan, warte doch mal einen Augenblick. Die Soldatinnen aus Alexandria vorhin findest du nicht auch, es waren auffällig wenige an der Zahl. Ich meine, wenn man mal davon ausgeht, sie hätten es ernsthaft auf uns abgesehen gehabt. Hm. Jetzt wo du es, äh, wo du sagst, das ist, da ist was dran. Gut, so schaffen wir alle auf einen Streich. Umso besser, so schaffen wir wenigstens alle auf einen Streich. Du Idiot. Oh yeah. Eine meiner Lieblingsmusiken. Freier, Claire, Claire wird angegriffen. Schnell, du musst sofort mitkommen. Oh nein. Ich hatte also recht mit meiner Befürchtung. Ich muss mich beeilen. Was steht dir da so blöd rum? Kommt da auch mit. Schon unterwegs. Oh nein. Die Damen und Herren trudeln also auch langsam ein. Beatrix. Hm, Beatrix. Hm, wir sind so tot. Hier fallt, äh, hier fallt ihr also auch, äh, arg. Das ist jetzt schon die Stufe 2, merkt ihr? Die sind anders. Und da machen sie alle tot. Töten! Jawohl. So wird's gemacht. Naja, eigentlich überhaupt nicht. Ist überhaupt nicht lustig. die stadt wird von feinden überrannt seid sind es wirklich so viele ja sie waren buchstäblich vom himmel ja das tun sie wirklich töten fans die musik ist aber zu schön einfach das muss eigentlich schon reichen wenn ich sogar einen angriff von der patrisane schon erreicht hat die sahne dann die sahne das ist nicht witzig vor allem in dieser in seiner lage macht man eigentlich keine hitze weil ich meine hier sterben voll viele ratten stützken wie kann der bitte so lachen was zum heiligen bombe was passiert hier eine bitte serino ja klar speichern ja gut ich speichere gruppe ja ich muss jetzt dann schauen ob ich überhaupt noch speicherplatz über ich habe dass ich weiter aufnehmen kann wenn ich dann müssen wir beim nächsten mal diese epischen stelle weitermachen mit epischer musik echt so wir sehen uns beim nächsten mal bis dann leute und tschüss seid wieder dabei